Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends News Update. Krypto ist endlich im Spiel. Wenn ihr ihn sehen wollt, müsst ihr euch aber beeilen. Wenn ihr nämlich an der Stelle seid, wo ihr ihn findet, rennt er sehr sehr schnell weg. Also ihr könnt ihn natürlich noch nicht als Charakter wählen, aber er ist jetzt im Spiel zu finden. Wo genau, zeige ich euch jetzt. Ganz kurz erspielt von mir. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lasst natürlich einen Daumen und ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen. Viel Spaß bei dem kurzen Clip. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, meine Teammates wissen schon mal nicht, was ich vorhabe. Sehr geil. Boah ey, hör auf hier rumzurubbeln, du Affe. So, lass mich bitte da abzusehen. Da ist er. Und tschüss. So, das wäre halt jetzt interessant. So, ihr habt jetzt Krypto gesehen. Ihr habt gesehen, wie ihr den findet. Das Ding ist, was mich ein bisschen ärgert sogar, ich muss jetzt hier mal ein bisschen leiser machen. Ich habe vorhin kurz nach Ende des Events genau hier gesucht. Das war kurz nach um sieben. Ich bin hier rein, bin hier reingebrochen, bin an den Laptop, weil ich einfach mal gucken wollte, ob sich was geändert hat. Und habe, glaube ich, auch ein bisschen grob in die Richtung geguckt. Ich weiß gar nicht, ob wir tatsächlich einer der ersten überhaupt weltweit, könnte man jetzt mal übertreiben, gewesen sein könnten, die Krypto sogar zufällig so gefunden hätten. Weil ich habe bewusst wirklich nach dem Event hier gucken wollen, ob vielleicht hier irgendwo die Drohne oder Krypto zu finden ist. Ich habe ihn leider knapp verpasst. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal schnell zeigen, wie ihr den findet. Ich hoffe, ihr lasst dem Video einen Daumen da. Und wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Infos über Apex Legends weiter verpassen wollt, das war es von mir. Schönen Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Das war es von mir. Haut rein. Ciao.